Tanzperformance in Finsterwalde. In Zeiten wie diesen ist eine Choreografie von Golde Grunzke für fünf Tänzerinnen und Tänzer sowie zwei Musiker, welche sich künstlerisch mit der aktuellen Lebenssituation in der Lausitz auseinandersetzt. Auf dem Finsterwalder Marktplatz kam die rund einstündige Tanzperformance zur Aufführung. Szenisch dargestellt werden Fragen nach dem Strukturwandel und den damit verbundenen Ängsten. Auch auf die Bedeutung des Begriffes Heimat geht das Stück in diesem Zusammenhang ein. Leider war es wohl dem heißen Wetter geschuldet, dass nur sehr wenige Zuschauer der Darbietung folgten. Die Cottbusser Tanzkompanie um Tänzerin und Choreografin Golde Grunzke macht immer wieder mit verschiedenen Tanzprojekten auf sich aufmerksam. Zu sehen war das aktuelle Projekt in Zeiten wie diesen unter anderem schon in Selftenberg, Bad Liebenwerder, Hoyerswerder und Großregen. Aktuell arbeitet man an einem neuen Projekt, welches eine Choreografie für Kinder beinhalten wird.